Das sind deine Glücksschuhe. Ja, die habe ich immer an, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Kann ich nachvollziehen. Bei mir ist die Unterhose, bei dir sind es die Schuhe. Was will man mehr? Oh ja, genau. Ja, ja, ja. Hast du eine rosa Unterhose? Nein, ich habe eine rote. Eine rote. Aber nur bei den Live-Shows. Da haben wir noch ein bisschen. Aber die sehen doch sehr gut aus. Und mit denen kann nichts schief gehen. Ja, erzähl noch ein bisschen mehr von dir. Ja, also es gibt gar nicht so viel von mir zu erzählen. Wie gesagt, ich liebe das Singen. Deswegen bin ich so froh hier zu sein. Ich freue mich riesig. Meine Freundin hat gesagt, ich soll nicht nervös sein. Sondern einfach denken, ich tue heute das, was ich am meisten liebe. Dann atme durch. Und dann sind wir jetzt sehr gespannt, was du für uns hier präsentieren wirst. Figures von Jessie Reyes. Oh, gut. Okay. Figures. I gave you all you die. You gave me games. Love figures. I know I'm crying. Cause you just won't change. Love figures. I gave it all. And you gave me shit. Love figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't get me back? That's what I wish is that I could do to you. You who, 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 who. To you, yeah, yeah, yeah. To you, who, 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 who. To you, who, 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 who. To you, yeah, yeah, yeah. Hey, guys. Danke schön. Let's go. Ich bin toll. Ja! Okay, Leute, wir sind wach. Sind wir wach? Sind wir wach? Aber so was von wach. Wir können's eigentlich ganz kurz fassen. So ist es. Ja. Ja. Dreimal Ja! Danke! Danke! Es war echt klasse. Es war super. So abgeliefert. Meine Knie haben so gezollt. Du warst wirklich bärenstark. Ich kann dich nur bitten, wenn ich das nächste Mal irgendein Konzert habe, lei mir deine Glücksschuhe. Wenn ich dann so singen kann wie du, dann mache ich die auch noch an. Danke, aber es ist 39. Du musst dich vielleicht reinsetzen. Da quetsche ich mich rein. Aber du hast echt abgeliefert. Danke! Ganz besondere Stimme. Echt cool. Danke, Rafaela. Danke schön. Tschüss! Wow, stark! Ja! Rafaela, das sind die Leute, wo wir eigentlich nur hoffen können, dass sie hier vor uns stehen. Weil wir wollen tatsächlich Authentizität hören. Und das hat sie. Herzlichen Glückwunsch, Rafaela! Wenn du so im Recall weitermachst, hast du große Chancen auf dein Ticket für den Auslandsrecall. Dieser Kandidat ist eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch! Ihr wollt noch mehr Auftritte sehen? Ja, das kann natürlich. Schaut mal hier rein für unsere aktuellen Playlist. Wird ihr ganze Folgen sehen? Dann schaut mal hier rein auf RTA+. Wird ihr tippen? Ja, jetzt sollte das. Wird ihr schon so. Bezütteln in den Nase. Das ist der nächste Woche. Wir sehen uns auf den nächsten Mal. Tickle. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns auf der nächsten Mal.